Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde Kurs-Gee. Und ja Leute, heute natürlich ein Thema am Start. Es gab jetzt schon länger keinen Kurs-Gee auf meinem Kanal, da ich privat so wirklich fast keinen Kurs-Gee mehr spiele. Und den haben wir jetzt schon bekommen. Und zwar, was ich in dem Video wirklich ansprechen wollte, ist, dass ich vorgestern auf Hive gebannt wurde. Und zwar wegen dem Grund-Hacking. Ich habe euch die Clips in die Beschreibung gepackt, warum ich gebannt wurde und weshalb ich unbannt wurde. Weil ich mittlerweile schon wieder unbannt wurde, natürlich, weil ich natürlich nicht gehackt habe. So, dann haben wir. Wenn ihr mir wirklich nicht glaubt, dass ich nicht gehackt habe, dann könnt ihr mich gerne auch screencharen. Ihr könnt immer eure Meinung dazu abgeben, was ihr davon haltet, ob ich gehackt habe oder ob ich nicht gehackt habe. Meiner Meinung nach sieht es ein bisschen unledged aus, aber reicht nicht wirklich für ein One. Natürlich habe ich auch nicht gehackt, also warum sollte ich auch gebannt werden. Das macht natürlich keinen Sinn. Und ja, dann sind wir auch im Deathmatch. Es leben noch zwei Leute. Wir haben leider keine Rod, aber müssen wir eigentlich auch ohne Rod schaffen, weil wir haben genug Pfeile. So, dann haben wir bekommen. Der andere will jetzt abstauben. Vielleicht haben wir die Rod. Ja, haben wir. Ich habe auch beide mal wieder meine alten Render-Settings da mit die neuen. Zwar gefehlen, aber irgendwie so für Kurski. Irgendwie so 120 FPS. Und so Motion Blur, das ist nicht so geil. Und dann haben wir die Runde gewonnen, Leute. Und dann sehen wir uns, glaube ich, gleich in der zweiten Runde. So, Leute. Und da sind wir in der zweiten Runde auf dem Pyre-Rise. Leider hackt der Typ wirklich hart rein und wir können nicht bekommen. Typisch Gomme. So, Leute. Da sind wir auf der zweiten Runde oder dritten Runde. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall habe ich eigentlich so gut wie alles angesprochen, Leute. Also eure Meinung würde mich natürlich sehr freuen, ob das Hacks waren oder nicht. Könnt ihr gerne mal so in die Comments schreiben. Würde mich interessieren. Ich habe natürlich schon probiert, eine Runde Hive aufzunehmen, aber das hat nicht wirklich geklappt. Da irgendwie Hive, wenn man das mit Stimme und so aufnehmen will, weiß nicht. Also ich kann mich da nicht so wirklich konzentrieren und verkacke ich dann halt immer. Und ich habe gerade ein halbes Herz. Und Leute, es wird auch noch ein Gewinnspiel auf meinem Kanal kommen, natürlich. Weil natürlich Weihnachten ist. Und da ich mich natürlich bei euch bedanken wollte, natürlich für den ganzen Support, den wir das ganze Jahr irgendwie geleistet haben. Weil ich glaube, wir hatten Anfang des Jahres, glaube ich, wenn ich jetzt nicht falsch liege, 4.000 Abonnenten, glaube ich. Was? Naja, Leute, wir sind jetzt am Ende zwar dumm gestorben, aber Leute, dann würde ich sagen, wenn euch die Runden CoolSki gefallen hat, würde ich mich über eine Prostit-Lattung freuen und könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob das Hacks waren oder nicht. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.